Im nächsten Einatmen, langsam, brauchst du den Block im Moment nicht, lass ihn auf die Seite, komme in Halbes Navasana. Einatmen, Navasana hochkommen bitte. So als Halbes Navasana, das heisst, du bringst die Beine noch parallel zum Boden und du streckst die Arme nach vorne aus. Die Schultern zurück, Brustkorb öffnen, zieht dich hoch. Wunderbar. Bleibe hier, mach dich ganz, ganz, ganz lang. Wenn es für dich schon okay ist, dann streck die Beine aus. Und dann bist du ganz im Navasana und Haltung. Gut, wenn nicht, dann kannst du ruhig die Knie gebäut lassen. Wir gehen einen Schritt weiter, du bringst die Handfläche zusammen bitte. Und bewegst den ganzen Oberkörper nach rechts. Bleibe im Balance, zurück zur Mitte. Wunderbar. Und auf die andere Seite. Und zurück zur Mitte. Nochmals nach links. Und wieder zurück zur Mitte. Und nach rechts. Zurück zur Mitte, langsam lösen, mach dich ganz klein. Well done. Du weisst, jederzeit, wenn es so anstrengend ist, bring einfach die Füße auf den Boden und mach dich klein für einen Moment und komm dann wieder zurück. Du weisst jetzt, wie es geht. Wir machen es noch einmal. Das war das war's. Das war's.